Ich werde meinen Generalschlüssel benutzen. Aber wer ist sie? Lebt sie noch? Sie atmet noch. Wenn sie also nicht tot ist, ist sie dann nicht unsere Mörderin? Das, Mon Ami, ist es, was wir herausfinden müssen. Wieso kann ich das nicht ausfüllen? Achso, heranzoomen. Okay. Zweite Klasse. Auf dem Ticket steht Joanna Locke. Sie reicht in Abteil 105. Madame, können Sie mich irren? Hm? Hm. Sie atmet. Ihr Puls ist stark. Es gibt keine Anzeichen von körperlicher Gewalt. Diese Frau schläft und zwar sehr tief und fest. Okay. Diese Frau schläft tief und fest. Angesichts ihrer Lage würde ich sagen, dass sie betäubt und ihr ergebracht wurde. Immerhin kein weiterer Mord in meinem Zug. Der Zug ist tatsächlich voll besetzt. Monsieur, auf der Liste, die ich Ihnen gegeben habe, steht, dass Hildegard Schmidt das Abteil mit ihr teilt. Ich werde später mit ihr sprechen. Konzentrieren wir uns erst einmal auf diese geheimnisvolle junge Dame. Bringen wir sie in ihr bequemes Bett zurück. Gute Idee. Pierre, finden Sie das Zimmer dieser Frau und holen Sie den Arzt. Oui, Monsieur. Ich werde Sie befragen, wenn sie aufgewacht ist. Bitte, lassen Sie mich wissen, was Sie in Erfahrung bringen. Das Abteil von Madame Locke hat die Nummer 105. Ich schlage vor, dass wir Sie in ihr bequemes Bett zurückbringen. Oui, hoffentlich wacht sie bald auf. Untersuche Joanna Locke. Kann ich nicht, weil ich kann hier nichts anvisieren. Aber ich kann da oben was untersuchen. Robi Dick hat sie dabei. Wie ich es liebe. Okay, ein fünfstelliger Code. Eine Tasse Tee mit weißen Rückständen am Boden. Mhm, das habe ich mir schon gedacht, weil er gesagt hat, sie schläft tief und fest. Die Frage ist nur, wer läuft hier überall herum und schläft die Leute ein? Das habe ich mir auch schon fast gedacht, dass sie wahrscheinlich diejenige ist, die sich verkleidet hat, um an Bord zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass sie die Mörderin ist, ehrlich gesagt. Eine Aktentasche und die Jacke eines Schlafwagenschaffners. Ein Knopf fehlt. Sonst kann ich hier nichts mehr machen. Okay, jetzt haben wir da nur noch den... Och, Mann. Jetzt haben wir da nur noch den Code. Aber wie soll ich jetzt den Code herausfinden, wenn ich noch gar nicht mal hier raus darf? Oh, Leute. Mit ihm kann ich auch nicht reden. Mit ihr kann ich auch nichts machen oder... Sonst was. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. An dieses Moby Dick komme ich nicht ran. Sonst hätte ich mal geguckt, ob man da irgendwas mitmachen kann. Moment. Ah. Halt doch mal die Klappe. Dann halt doch mal den Rand, Mann. Nee, weil es sind fünf. Alter. Wir müssen unbedingt die Kombination herausfinden. Poirot. Was, wenn der Aktenkoffer mit einer Sprengfalle versehen ist? Macht er das jetzt auf ewig? Damit ich bloß nicht hören kann, wann es klappt? Sind Sie schon Glück? Aber Sie wissen natürlich, was Sie tun. Er ist doch nicht mit einer Sprengfalle versehen, oder? Haben Sie es mal mit zero, 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 zero ausprobiert? Poirot. Poirot. Was, wenn der Aktenkoffer mit einer Sprengfalle versehen ist? Wenn Sie eine Pause brauchen, kann ich schauen... Oh, der geht mir so auf die Nerven. Poirot. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Ich war mir sicher, dass Sie das Rätsel inzwischen gelöst hätten. Und, Poirot. Hatten Sie schon Glück? Oh, nein. Das ist meins. Ich kann mir meine Passwörter nie merken. Also halte ich sie einfach. Aber Sie wissen natürlich, was Sie tun. Er ist doch nicht mit einer Sprengfalle versehen, oder? Haben Sie es schon mit eins, zwei, drei, vier probiert? Wir müssen unbedingt die Kombination herausfinden. Aber Sie wissen natürlich, was Sie tun. Er ist doch nicht mit einer Sprengfalle versehen, oder? Poirot. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Alter. Ich war mir sicher, dass Sie das Rätsel inzwischen gelöst hätten. Poirot. Was, wenn der Aktenkoffer mit einer Sprengfalle versehen ist? Haben Sie es mal mit zero, 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 zero ausprobiert? Kannst du einfach mal deine dumme Klappe halten? Mein Gott. Boog, seien Sie bitte still wie ein Mäuschen. Es tut mir leid, Sie haben recht. Ich bin ab sofort Mucks Mäuschen still. Sie müssen sich konzentrieren. Ich werde kein weiteres Wort sagen. Kein einziges. Boog, gleich wird es einen weiteren Mord im Orient Express geben. Bin ich auch für. Mein Gott. So langsam macht er sich selber verdächtig. Ernsthaft. So. Die zwei hatte ich, glaube ich, eben, oder? Okay. So. 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 Na also, geht doch. Mein Gott, ich dachte echt, der Typ hat nie aufzureden. Oha. Okay, sie folgt offenbar den gleichen Hinweisen wie ich und ganz offenbar ist sie von der Polizei, so wie es aussieht. Diese Marke zeigt, dass Joana Locke eine amerikanische Ermittlerin der Polizei Berkshire im Bundesstaat Massachusetts ist. Eine amerikanische Ermittlerin? Oh. Okay. Ich hatte sie zwar nicht für verdächtig gehalten, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie von der Polizei ist. Sie hat eine Pistole. Kommen Sie schon, Poirot. Kriminelle sind oft dafür bekannt, eine zu tragen. Brigitte wurde erstochen, nicht erschossen. Aber warum würde jemand eine mit an Bord nehmen? Wenn man die standardmäßig trägt zum Beispiel. Ihr Führerschein bestätigt ihre Identität. Sie ist Amerikanerin. Das sind gefälschte Ausweise. Da bin ich mir sicher. Das sieht ja lustig aus. Mademoiselle Locke scheint sich sehr für unser Opfer zu interessieren. Ja, natürlich. Sie hat ihr Ziel bestens studiert. Mörtlich. Also, ganz ehrlich, mittlerweile glaube ich echt, dass der Typ, mit dem ich gerade rede, ich weiß nicht, wie er heißt, dass der der Mörder ist. So wie der sich verhält. Das Stofftier ist dasselbe wie auf dem Foto, das am Tatort gefunden wurde. Ha! Was für ein Zufall! Mademoiselle Locke scheint gegen Monsieur Rätschelt ermittelt zu haben. Die Frage ist, ist sie das Mädchen? Oh, mein Kopf. Was soll das ganze Geschrei? Wer sind Sie? Nennen Sie mir einen guten Grund, warum wir Sie nicht sofort in Anschellen legen sollten. Ich kann Ihnen einen Grund nennen, Bug. Wessen Anschellen werden wir benutzen? Ich habe keine. Und Sie? Äh, nun, äh... Sind Sie Joanna Locke, Mademoiselle? Oh, ja. Joanna Locke. Ich bin... Ich bin die Ermittlerin. Polizei Berkshire, Massachusetts. Ich habe Ihre Marke gefunden, Mademoiselle. Und ich weiß auch, wer Sie sind, Mr. Poirot. Wenn wir nun die Vorstellungsrunde beendet haben, können Sie vielleicht mit den Erklärungen beginnen. Ich... Ich werde es versuchen. Es ist ganz einfach. Ich... Ich bin eine Mörder auf der Spur. Ich war nach fünf Jahren auf Streife gerade zur Ermittlerin befördert worden. Es war das erste Mal, dass ich mit einem großen Fall betraut wurde. Es war ein Monat her, dass Daisy Armstrong entführt worden war. Die Armstrongs suchten verzweifelt nach einem Zeichen der Hoffnung. Ich war nur für den Papierkram da. Für die Akten. Okay, mache dich mit dem Fall vertraut. Ach, jetzt übernehmen wir Ihre Sichtweise. Okay. Ah, jetzt. Die Ermittlung ist nun Teil eines ganzen Stapels von Ermittlungen. Und mein Käpt'n hat mich nur hierher geschickt, um ein paar Dinge zu klären. Das Verbrechen war verwegen. Wie konnte der Entführer wissen, welches das Fenster von Daisys Zimmer war? Dass er eine Leiter benutzen konnte, um dorthin zu gelangen. Und dass er das Zimmer betreten konnte, ohne gesehen zu werden. Die Rechtschreibfehler sind eindeutig beabsichtigt. Und das Kind wurde auch nach der Lösegeldzahlung nicht zurückgebracht. Wie konnte das Kind entführt werden, wenn so viele Leute im Haus waren? Moment. Kolonel im Ruhestand? Ich dachte zuerst schon, den haben wir doch schon mal gesehen. John Armstrong. Ist das der Typ, der bei uns drin ist? Also auf jeden Fall ist das einer, der im Ruhestand ist von der britischen Armee. John Armstrong. Achso, halt. Wie konnte das Kind entführt, dass hier denn so viele Leute im Haus waren? Ich kann mir nicht vorstellen, wie schmerzhaft es für ihre Eltern gewesen sein muss, als sie Daisys Verschwinden bemerkten. Wie werden sie sich fühlen, wenn ihnen klar wird, dass ich keine Antworten für sie habe? Nur Fragen über Fragen. Also das heißt Armstrong, ja ja, das waren die Eltern. Da stand ja eben bei sie. Ne, sie war nicht dabei. Er war alleine da, glaube ich. Deshalb bin ich hier. Wegen einer verdammten Computerstörung. Oder jemand hat auf Löschen statt auf Speichern geklickt. Was auch immer passiert ist, wir haben die Aussage des Kindermädchens verloren. Mein ganzer Beitrag zu den Ermittlungen besteht also darin, sie noch einmal aufzunehmen. Die Telefonaufzeichnung der Entführungsnacht. Der letzte Anruf erfolgte an die Notrufnummer 911. Okay. Eine topografische Karte, die in diesen Bergen oft wichtiger ist als eine Straßenkarte. Kann ich? Ja doch, kann ich doch drehen. Bringt mir aber nichts. Okay. Sonst habe ich hier nichts, so wie es aussieht. Kann doch nichts umklappen oder so. Dann, da hinten sind die. Guten Abend. Colonel Armstrong? Ja. Sind Sie die Ermittlerin, über die ich telefonisch informiert wurde? Joanna Luck. Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Mir wurde der Fall erst vor kurzem zugewiesen. Es ist an der Zeit, dass mehr Ermittler involviert werden. Meine Frau, Sonja, sie, sie ist nicht mehr sie selbst. Jeder Tag ist ein Albtraum für uns. Sagen Sie mir, dass Sie Neuigkeiten haben. Ich bin hier, um mit dem Kindermädchen Ihrer Tochter zu sprechen. Es gab da ein Computerproblem. Ihre Aussage ist verloren gegangen. Oh. Ich verstehe. Wir hatten gehofft. Also, nachdem ich mit ihm jetzt gesprochen habe, bin ich hundertprozentig sicher, das war nicht der im Ruhestand, ja, den wir halt gesehen hatten. Sie geht ihrer Arbeit nach. Ich denke mal hier oben irgendwo, oder? Sieht mir so nach Kindertür aus. Ja, da ist sie. Nö. Das ist die Frau, die ist wieder schwanger? Mrs. Armstrong? Ich heiße Joanna Luck. Ich bin Ermittlerin und untersuche die Entführung ihrer Tochter. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Wann erwarten Sie Ihr Baby? Mrs. Armstrong? Sonja? Ich möchte gerade nicht reden. Ich möchte nur meine Tochter wiedersehen. Das ist alles, was zählt. Die arme Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich fühlen muss. Und ein weiteres Baby ist unterwegs. Ich möchte helfen, aber ich bin hier, um die Aussage des Kindermädchens aufzunehmen. Und es gibt keine Worte, die Sonjas Schmerz lindern könnten. Die Welt durch die Augen eines Kindes erscheint so schön. Okay, und die scheint doch wirklich noch sehr jung gewesen zu sein. Also wahrscheinlich genauso alt wie auf dem Bild. Eine Spielzeugburg. Als ich ein Kind war, hatte ich eine Polizeistation und einen Streifenwagen mit einer Sirene, die wirklich funktionierte. Hm, konnte ich hier nicht gerade eben noch was lesen? Na gut. Schauen wir mal. Ist das wahrscheinlich Elternschlafzimmer oder sowas? Achso. Sie hat ein eigenes Zimmer hier. Hallo Katze. Oh. Es ist ein Spiel, wo man die Tiere nicht streicheln kann. Ich hasse euch. Ich denke mal, dass wir doch da können. Eine Spielzeugeisenbahn. Und jetzt sitze ich in einem echten Zug. Lyon. In Frankreich. Was für eine schöne Stadt. Hallo, sind Sie Susanne Moreau? Daisys Kindermädchen? Ja. Mein Name ist Joanna Locke. Ich ermittle in Daisys Fall. Gibt es Neuigkeiten? Leider nein. Was kann ich für Sie tun? Es tut mir wirklich leid. Ich fürchte, ich muss Ihre Aussage über den Abend von Daisys Verschwinden nochmal aufnehmen. Es gab ein Computerproblem. Ihre Aussage wurde versehentlich gelöscht. Ja, natürlich. Ich möchte helfen, wo ich kann. Erzählen Sie mir in Ihren eigenen Worten von dieser Nacht. Die Armstrongs haben eine Partie veranstaltet, um Geld für ein Museum zu sammeln, glaube ich. Mrs. Armstrong ist im Vorstand der Organisation. Ich war für Daisy zuständig. Ich blieb den ganzen Abend bei der Kleinen, spielte mit ihr und lasse ihr Bücher vor. Sie konnte bei all dem Lärm und dem Kommen und Gehen nicht schlafen. Wann haben Sie bemerkt, dass Daisy weg war? Ich war nur fünf Minuten weg, um meine Mutter anzurufen. Sie ist im Krankenhaus. Als ich zurückkam, war Daisy nicht in ihrem Bett. Ich dachte, sie wollte sich vielleicht die Party ansehen. Aber dann sah ich die Lösegeldforderung auf ihrem Kopfkissen. Ich schrie und schrie. Ich konnte nicht aufhören. Ist Ihnen vorher irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ich war den ganzen Abend mit Daisy zusammen. Dann ist sie endlich irgendwann eingeschlafen. Ich habe sonst niemanden gesehen und nichts Besonderes bemerkt. Haben Sie eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas Schreckliches getan haben könnte. Die Armstrongs sind so gute Menschen, wie meine eigene Familie. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Aussage noch einmal gegeben haben. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Fragen habe. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Okay, ich habe Susanns Aussage. Aber Ihre Antworten müssen noch überprüft werden. Das heißt, noch mal ins Kinderzimmer nehme ich mal an. Beziehungsweise, ja, ich muss mit ihm wahrscheinlich noch mal reden, ne? Ich muss überprüfen, ob alles mit der Aussage von ihr war einstimmt. Ah, okay. Wähle ein Element aus, das nicht mit der Aussage von Miss Miro über ihren Telefonanruf übereinstimmt. Das letzte Mal sah ich Daisy, als ich nach oben ging. Ich bemerkte, dass Susanne nicht da war, aber Daisy schlief friedlich. Ich blieb etwa zwei... Achso, das ist die Mutter. Ja, ja, ja. So, Susanne Miro ist das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Party veranstaltet. Ich blieb den ganzen Abend bei der Kleinen, spielte mit ihr und las ihr Bücher vor. Das letzte Mal sah ich, als ich Daisy sah, war gegen 22.30 Uhr, als ich nach oben ging, um in ihrem Zimmer nach ihr zu sehen. Hatte sie eben gesagt, wann sie? Ne, sie hatte keine Uhrzeit gesagt, ne? Ich bemerkte, dass Susanne nicht da war, aber Daisy schlief friedlich. Ich blieb etwa zehn Minuten bei ihr. Und sie hatte gesagt, sie war nur fünf Minuten weg zum Telefonieren, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich ging davon aus, dass Susanne bald zurückkommen wird, also bin ich wieder zur Party runtergegangen. Diese Informationen decken sich nicht mit dem, was Susanne mir erzählt hat. Susanne sagte, sie habe Daisy fünf Minuten allein gelassen. Aber Mrs. Armstrong sagte, sie sei noch eine Weile bei Daisy geblieben und Susanne sei nicht zurückgekommen. Ausgezeichnete Ermittlungsarbeit. Unterschiedliche Aussagen, da kann ich nichts auswählen, ne? Genau. Äh, gleiche die Aussagen ab die Angaben. Macht er das automatisch? Eine vermisste Tochter. Wähle ein Element in der Akte aus, das Miss Armstrong trösten kann. Achso. Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin. Das heißt, ich muss ihr das noch geben? Oder? Mrs. Armstrong? Ich würde Ihnen gern das hier zeigen. Daisy. Meine kleine Daisy. Ich vermisse sie so sehr. Es tut so gut, ihr Gesicht zu sehen. Ich kann mir den Schmerz, den Sie gerade empfinden müssen, nicht vorstellen. Sie hat ihr kleines Kuscheltier geliebt. Fluffy. Sie hat ihn überall mit hingenommen. Die Entführer haben Fluffy ebenfalls mitgenommen. Sie hätten ihn nicht mitnehmen müssen. Das bedeutet, dass sie ihr nichts antun wollen. Nicht wahr? Jeder Hinweis wird weiter verfolgt. Darauf haben sie mein Wort. Vielen Dank. Ich sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwie. Ich weiß, das ist nicht mein Fall. Aber ich habe gerade ein Versprechen gegeben. Und ich werde es halten. Die haben Fluffy mitgenommen. Das hört sich schon... Wer war jetzt Miss Mereau? Das war die andere, ne? Wissen Sie, wo ich Miss Mereau finden kann? Sie ist in ihrem Zimmer. Letzte Tür auf der linken Seite. Was können Sie mir über die Nacht von Daisys Entführung erzählen? Besonders alles über ihre Tochter und Suzanne Mereau? Neben der Betreuung unserer Gäste habe ich mir einen Moment Zeit genommen, um in Daisys Zimmer nach Suzanne und Daisy zu sehen. Suzanne war nicht da, aber Daisy schlief. Ich saß etwa zehn Minuten bei ihr. Suzanne ist nicht zurückgekommen, während ich dort war. Aber es gibt keinen Grund für sie, die ganze Nacht dort zu sitzen, wenn Daisy schläft. Anschließend bin ich wieder nach unten gegangen. Darf ich wiederkommen, wenn ich weitere Fragen habe? Ja, natürlich. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Okay, die Aussagen von Sonja und Suzanne stimmen nicht überein. Ich sollte meine Akte noch einmal überprüfen und Susanns Schilderungen verfolgen. Telefonnummern. Ich weiß aber doch gar nicht, welche Telefonnummer die Mutter hat, oder? So, warte mal. Suzanne Mereau. Meine Mutter anzurufen. Sie ist im Krankenhaus. Also, die hat dreimal... Nee, Moment, das ist ihre Nummer. 911 hat sie angerufen. Nee, Moment, das ist John Armstrong. Achso, sehe ich ja jetzt erst. Das sind ja verschiedene. Äh, Mereau, hier, die rief die... Das entspricht nicht dem, was Suzanne mir vorhin gesagt hat. Suzanne hat mehr als fünf Minuten telefoniert. Ausgezeichnet. Die Gerechtigkeit siegt einmal mehr. Okay. Das wird dann automatisch. Das können wir auch noch nicht machen. Dann müssen wir jetzt mit ihr erst mal wieder reden, ne? Ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, aber gut, ich hab das mit dem Bild irgendwie komplett verschwitzt. So. Wenn ich sie richtig verstehe, haben sie Daisy alleine gelassen, als sie noch nicht schlief? Die Party war sehr laut. Daisy war zu aufgedreht, um zu schlafen. Ich habe ihr eine Geschichte von Detective Motley Mule vorgelesen, um sie zum Einschlaf hinzubringen. Daisy schlief schließlich ein, kurz bevor Motley Mule seinen Fall im Buch löste. Ich musste kurz telefonieren, nicht länger als fünf Minuten. Aber als ich zurückkam, war Daisy weg. Ich meine, es heißt jetzt nicht, dass sie die jetzt entführt hat, aber sie war definitiv länger weg. Ähm. Nicht länger als fünf Minuten, genau. Sind Sie sicher, dass sie nur für fünf Minuten weg waren? Fünf, sechs. Was macht das für einen Unterschied? Ich war sehr schnell zurück. Beschädigte Aussage. Ähm. Mrs. Armstrongs, das ist die Mutter, genau. Ach ja. Sie sagen, sie waren nur fünf oder sechs Minuten weg. Aber Mrs. Armstrong sagt, sie war mehr als zehn Minuten allein bei Daisy. Und aus der Telefonaufzeichnung geht hervor, dass sie mehr als 30 Minuten am Telefon waren. Viel länger, als sie angegeben haben. Meine Mutter ist schwer krank. Das ist sehr schwierig für mich. Ich muss die Zeit vergessen haben. Als ich zurückkam, war Daisy verschwunden. Das, das muss ein Zufall gewesen sein. Sie müssen präzise sein, zu sehen. Das Leben eines kleinen Mädchens steht auf dem Spiel. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich würde Daisy nie etwas antun. Ich muss Susans Geschichte überprüfen. Sie ist in Panik geraten. Warum gerade jetzt? Wovor hat sie Angst? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Eine leidende Mutter. Eine leidende Mutter. Also, verlässt das Zimmer, um den Anruf zu tätigen. Gut, Entführer. Trägt das kleine Mädchen und verschwindet. Das ist dann auf jeden Fall das Letzte. Entführt sie, kommt dann logischerweise davor. Wie kommt durch die Haustür? Ach so. Steigt die Treppe hinauf. Wieso steigt die Treppe hinauf? Die Mutter hat die doch nicht entführt? Also, jetzt machen sie mich hier, aber... Der Führer kommt durch die Haustür. Positioniert eine Leiter. Ich denke mal, das wird er als erstes gemacht haben. Ach so. Kommt dann durch die Haustür rein. Geht die Treppe hoch. Entführt sie. Jetzt verstehe ich das. Ein Punkt für die Ermittlerin. Der Entführer positionierte eine Leiter unter dem Fenster zu Daisys Zimmer. Dann gesellte er sich zur Party. Getarnt als ein weiterer Gast in der Menge. Irgendwie weiß er, wann Susanne das Zimmer verlässt. Und schleicht sich dann nach oben. Er öffnet Daisys Fenster, trägt sie die Leiter hinunter und verschwindet. Kann man da noch reinschauen? Moment, untersuchen. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich doch jetzt nicht auswendig. Moment, wo sind die Telefonnummern? 21, 40. 21, 40. Äh, 21, 40. Nein, wieso hat er jetzt einen neuen da rausgemacht? Okay, jetzt wird's irgendwie seltsam. Ich sollte sehen, ob die Armstrongs bestätigen können, was Susanne mir erzählt hat. Na gut. Frage ist, muss ich jetzt beide fragen? Muss ich nur die Mutter fragen? Weil sie war ja oben. Ich glaube, er war ja nur am Ende dabei, habt ihr's mitbekommen? Ich habe mit Susanne gesprochen. Sie hat mit ihrer Mutter telefoniert. Deshalb haben sie sie auch nicht gesehen, als sie nach Daisy geschaut haben. Ja, ihre Mutter. Ich habe Anfang der Woche versucht, die arme Frau anzurufen. Aber das Krankenhaus sagte, dass sie seit mehr als zwei Monaten im künstlichen Koma liegt. Susanne hat mir erzählt, sie habe ihre Mutter angerufen. Dabei wusste sie genau, dass ihre Mutter im Koma liegt. Okay. Dann müssen wir sie wahrscheinlich wieder damit konfrontieren, nehme ich mal an. Ich sollte sehen, ob die Armstrongs bestätigen können, was Susanne mir erzählt hat. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir dann erst nochmal mit ihm sprechen. Wenn er nicht abgehauen ist. Aber ich glaube, der bleibt ja da unten. Ja. Ja. Haben Sie Miss Morrow während der Party gesehen? Ich erinnere mich, sie einmal gesehen zu haben, aber sonst nicht. Ich war zu sehr mit meinen Gästen beschäftigt. Immerzu am Lächeln. Immerzu am Händeschütteln. Miss Morrow sagte mir, dass sie ihre Mutter angerufen habe. Nun, warum auch nicht? Ich glaube, sie stehen sich sehr nah. Und der armen Frau geht es gar nicht gut. Sie braucht eine experimentelle Behandlung, die in Frankreich noch nicht verfügbar ist. Mhm. Neue Spur. Ach so, da kann man jetzt nichts mit machen. Okay. Ähm, gut. Wir haben, mit dem anderen können wir da... Ne, das ist die Nummer. Das Kindermädchen hat also definitiv gelogen. Doch warum genau? Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, Untertitelung. B